Für Überdas Neue haben wir ACT eingeladen. ACT sind ein Kollektiv bestehend aus 17 Mitgliedern, die sich ganz spezifisch mit dem Ort des Schwanzerpavilions auseinandergesetzt haben, um eine Architektur zu machen, die dem modernistischen Schwanzerbau entgegensteht. Die Architektur ist 15 cm vom Boden erhoben. Sie steht auf Stahlaxen, die auf Rädern stehen und darauf entwickeln sich erst die Wände. Diese Wände sind nicht immer im rechten Winkel, sondern was sie machen ist, sie ermöglichen Durchbrüche, sie ermöglichen eine Durchlässigkeit, aber auch eine Flexibilität. Das ganze Ausstellungsdisplay besteht eigentlich aus vier großen Wegen. Diese Wegen sind wie mobiles im Raum, das sieht man sehr schön von oben, vom ersten Stock. Die Durchbrüche zeigen sich, wenn wir zum Beispiel Malerei haben, die wir sonst flach auf einer Wand hängen würden, wo dann dazwischen ein Fenster ist. Die Durchbrüche zeigen sich aber auch am Boden, wo wir immer diese 15 cm Leiste haben, wo die nächste Position schon sichtbar wird. Die Durchbrüche zeigen sich aber auch durch die Wegen durch zum umgegenden Park des Schweizer Gartens. Das heißt, wenn man den ganzen Raum denkt als Ensemble, wird das durch die Architektur sehr leicht, sehr transparent, sehr sichtbar. Die Künstlerinnen und Künstler reagieren ganz unterschiedlich auf diese Zusammensetzung der Architektur. Der Kunstraum School zum Beispiel hat den Raum zweigeteilt. Einerseits haben sie eine Videoball konstruiert, einen Raum, wo man Videos vom Boden liegend aus ansehen kann, die auch im Rhythmus alle vier, fünf Tage durchwechseln. Andererseits haben sie mit dem Paravon einen Ort geschaffen, der sehr stark geschlossen ist und dazu einlädt, gemeinsam ins Gespräch zu kommen in der Serie Talking to Strangers. Bei Philomena Plus hingegen haben wir eine ganz andere Raumlösung. Sie haben sich dafür entschieden, den Raum im Raum stärker als solchen zu nutzen, haben ihren Paravonet an die Wände gerückt und somit kreieren sie ein Setting, das mehr an ein Büro erinnert, das sie auch tatsächlich an solches nutzen. Sie kommen nämlich während der sechs Wochen Laufzeit immer wieder hierher und arbeiten von hier. Die Vorteile dieser Architektur sind vor allem, dass es eben so viele Durchlässigkeiten und Spielarten ermöglicht. Es ist nicht die statische Wand, von der wir ausgehen, die sich dann im Laufe der drei Teile immer wieder als dieselbe Wand bewährt, sondern alle Teile dieser Ausstellung werden immer anders aussehen.